Hi, ich bin Andrew, Creative Director von FlyAlarm Menudesign. Wir sind seit einigen Jahren Teil der FlyAlarm Familie. Unser Team ist spezialisiert auf die Erstellung von handgemachte Speisekarten. Wir sind Grafikdesigner, Produktentwickler, BWLer. Wir teilen ein gemeinsames Ziel. Wir wollen Gastronomen helfen, ihre Identity und ihren Charakter durch individuelles Speisekartendesign auszudrücken. Wir erstellen Speisekarten und andere buchbinderische Erzeugnisse wie Rechnungsmappen oder Hotelzimmermappen. Alles in der Manufakturfertigung, das heißt, alle Karten, alle Mappen werden auf Bestellung per Hand nach Kundenwunsch gefertigt. Das ist traditionelle deutsche Handwerkskunst. Mit Liebe zum Design, alles handmade bei uns. Eine Speisekarte von uns ist nichts von der Stange. Bevor wir mit der Produktion beginnen, wird die Karte vom Kunden individuell auf seinen Betrieb in sein gastronomisches Konzept abgestimmt. Die entstehende Karte ist zu 100% individuell. Sie ist einmalig in der Zusammenstellung der einzelnen Komponenten. Angefangen mit dem Material, egal ob Leder, Leinen, Holz, Kork, Naturpapier, Kunststoff, Mineralwerkstoffe, über die verwendete Logo-Veredelung, wie eine klassische Blindprägung oder eine Heißfolieprägung oder ein vollfarbiger Aufdruck, bis hin zum Innenleben, wie ein schönes, ansprechendes Naturpapier. All das ergibt eine überzeugende Speisekarte, die perfekt zum Gesamtkonzept des gastronomischen Betriebs passt. Wir sind design- und qualitätsorientiert. Wir haben einen sehr hohen Anspruch an uns und an unsere Produkte. Wir müssen zusammen mit dem Kunden perfekte Ergebnisse erzielen. Für den Gast ist es am Ende ein deutlicher Unterschied, ob er eine hochwertige, individuelle Speisekarte in der Hand hält oder ein 0815-Produkt. Das ganzheitliche gastronomische Konzept wird widergespiegelt und es überzeugt einfach.